Guck mal, die Kajana hat aber auch Big Babes, oder? Wir haben keinen Latiner, keinen Fat Ass, no Big Tits. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Ich bin dann neben YouTube auch noch Pimp, ne? Und als Pimp trage ich meine Haare eigentlich immer offen. Sonst habe ich einen Dutt und deswegen sieht das immer so aus, aber ich habe meine Haare eigentlich sonst, wenn ich mit meinen Bitches spreche, offen. Ich zeige euch mal das Biss, okay? Gut. Haltet euch fest. Das ist meine Oberbitch übrigens. Ihr braucht grundsätzlich eine Oberbitch, sonst läuft das Business nicht. Willst du vielleicht was von mir? Dass wir uns da direkt richtig verstehen. Ich bin der Pimp Daddy hier. Und nicht du. Also Leute, wir suchen uns jetzt ein paar Snitches aus. Ich habe überall auf der Welt mein Bisse aufgebaut, aber jetzt hier speziell in Fickdorf will ich mich ganz neu aufstellen. Und jetzt ist halt die Frage, was machen wir? Teen und Fit. Huge Tits, Glasses, Latina, Thick Ass. Ha, ich glaube, Niki wird's. Niki is a shy nerd girl who starts out streaming Videogames, but quickly realized how much more money she could make by showing off the goods. Oh, Niki. Die kosten nur einen Dollar die Stunde. Wir setzen einfach mal auf Huge Tits und Glasses. Aber Glasses ist zweitrangig. Ich weiß, wie das geht. Zack. Ich bin ja nicht neu hier. Boom. Nimm mal was auf, Niki. So. Zack. Mal eben das Geld abgeholt. Tschsching, tschsching. Wir haben fünf neue Fans. Es läuft ja blendend. Yeah. So, Fans. Ah. Ja. Gut. Ich verstehe schon. Ich würde sagen, wir brauchen direkt eine zweite Rolle. Also hier ran. Wow. Ich möchte alle Trophäen sammeln. Wir brauchen neue Weiber. Neue Schnecken, aber schnell. Niki. Wie sieht's aus? Oh. Ja, Leute. Ich sehe hier keine... Tinnis. Ich denke, am nächsten kommt Thick Ass dran. Vielleicht können wir uns da auch noch so eine kleine Seitensparte aufbauen. Kayana is a fitness buff who is looking for a fun way to provide for her family that ideally makes a lot more money than her dressing. Okay, Snitch. Also wir brauchen erstmal ein paar Fotos für dich. Und sie muss sofort wieder ran. Wir brauchen hier das Cash. Wir brauchen das Cash des Todes. Wir müssen nämlich die Leute bezahlen. Ja? So. Boom. Bezahlt. Ran nochmal. Hier die Fans abholen. Du auch wieder ran. Easy peasy. Kann ich da auch beide reinstecken? Hi-o. Ultra gepresst. Not too bad. I know. Okay, wie, wie, wo, wie Fans. So. Wir haben deutlich mehr Fans bei Thick Ass und Latina. Okay. Dann brauchen wir noch ein paar Fotos. Ah, fuck. Äh, Modeling-Dinger meine ich. Das habe ich mit Absicht so gemacht. Hier, du schön da rein. Mhm. Ja, ja. Easy peasy. Easy peasy. Was? Das geht doch gar nicht. Wir haben keinen Latina. Keinen Fat Ass. No big tits. Wir machen noch ein paar Fotos. Und du machst noch ein bisschen Geld, Madame. Wir brauchen nämlich das Cash. Guck mal, die Kayana hat doch aber auch Big Babes, oder? Müssen wir jetzt echt jemanden annehmen hier? Super. I need more money. Achtung, wir investieren jetzt erstmal in ein Inventar. Wir haben Kokain. Let's shoot it. Oh, shit. She's on coke. Run, run. Pizza cake. Pizza cake. Guck mal, wie schnell das geht. Weil sie am Coken ist. Shit, sind die teuer. Latina braucht jetzt erstmal ein bisschen Adult Shop Zeug. Oh. Very fetish. Oh, shit. Buttplug. Boom. Ist gekauft. Ich hatte das jetzt. Hat die jetzt den Buttplug? Ja, komm. Achso, die hat das Koks. Äh. Es ist nicht leicht, so eine Agentur zu leiten, ne? Du musst jetzt auf Girls gehen, das Coke da rausziehen. Geht nicht. Shit. Ja, dann muss sie halt ganz klar den Buttplug, ähm. Die Leute können übrigens gestresst sein. Sie ist schon so ein bisschen gestresst. Und sie? Ach Gott. Nix. Geh du mal ganz gechillt hier rein. Schön mal ein paar Anal-Plug-Charts. Verstehst du? Wie sieht's denn aus? Ähm. Wir brauchen langsam mal eine dritte. Okay. Also wir haben bei Latina immer noch echt viele Leute. Anal haben wir auch noch welche dazu. Oh. Bei Latina haben wir nach wie vor den größten Teil. So. Hatten wir hier eine Latina dabei? Nicht. Was ist, wenn ich jetzt einfach sie da hinschicke? Ah. Okay. Ja, wir müssen so oder so investieren, dass wir jemand Neues einstellen können. So sieht's nämlich aus. Wir haben übrigens noch 25 Zigaretten. Nur, dass ihr das wisst. So, die hat jetzt 55% Stress. Ich schick sie mal in zwei Stunden. Ja, aber mal ein bisschen, äh, äh, zacki, zacki hier. Beim Entspannen. Irgendwann ist der immer gut. So. Ähm. Wir haben jetzt zwei. Pass auf. Will ich nicht. Ich will das zweite sehen. Ich will niemanden von euch rekrutieren. Ich bin nicht so weit gekommen, wie ich jetzt bin, weil ich irgendwelche Zombies oder Tiffany's oder Lilas eingeladen habe. Nein. Super, ich muss jemanden reinnehmen. Das ist doch jetzt echt Wahnsinn, oder? Natürlich die günstigste. Wir haben jetzt nicht so viel Cash. Also. Audrey. Teen. Flat Chess. Verpiss dich. Sarah. Chubby. Und Thick Ass. Vier. Dollar die Stunde. Komm ran, bitch. So, mal direkt Fotos machen für dich. Und du gehst hier ran. Und wie viel Stress hast du? 78. Beruhig dich mal hier drin. Aber mit ein bisschen Geschwindigkeit, nicht wahr? Gott, haut das lang. Easy peasy. Und siehe, geht mal in den Strip Club. Dann kriegt sie ein bisschen Talent, ne? Ich kenn mich aus in den Biss. Das ist halt so. So, Niki ist stress-free. Erstmal alles schön schaffen. Wie, da kann nicht noch ein Dritter rein. Ja gut, dann mach mal ein paar Fotos. Ja. Komplitter! Guck mal da. Schon wird sie teurer. Mhm. Freu dich nicht zu früh, gell, Fräulein? Du hast immerhin noch Koks. Kayana ist fresh out of Coke. Oh no! Ich werd jetzt so schlecht gehen. Schnell in den Spar. So, Mademoiselle. Sarah. Sarah, hör mal zu. Hol dir mal einen Buttplug. Man gönnt sich ja sonst nichts. Oh shit, die kosten 41? Mädels! Warum kostet die, die wir gar nicht anstellen? Auch so viel. Leute, das ist kein Wettrennen. Aber beeilt euch. Sehr gut. Was ist das? Was? Was? Die verlangt da nur die Hälfte. Piggy Bang klingt sehr, sehr gut. Nur die Hälfte verlangen ist ja auch das doppelte Gewinn praktisch. Boom. Das ist so eine richtig abgedrehte. Okay, nochmal alle kurz hier rein. Fahrt, die muss ich mal eben hier um die Angestellten kümmern. Fuck, 39? Warum kostet die? Ach so, vier, ja. Die braucht auch noch eine Piggy Bang, die Kayana. Wir brauchen unbedingt noch die vierte, weil die kostet uns Geld die ganze Zeit. So, machen wir ein paar Fotos. Gucken wir mal, was bei rumkommt. Die kostet uns ja so oder so Geld. Die kosten nur Geld. So, was hat denn die... Wartet mal, ihr drei müsst direkt wieder arbeiten, sonst gehen wir hier broke. 57, shit, ich bezahle die schon mal. Nachts werden die immer automatisch bezahlt. Thickass, 32, brauchen einfach mehr. Big Booty Bitches. Guck mal, keine Sau will Teens sehen. Teens, was sind schon Teens? Nix. Kann ich die feuern? Ja, ich will dich feuern. Das ist on my mind. Wir sind gefickt, wir können keine Leute feuern. Wir schicken sie direkt zum neuen Leute anwerben. Das geht ja mal gar nicht, hier. No. Jetzt müssen wir echt noch Zigaretten kaufen für euch, Snitches. Das ist ungesund. Ihr habt einen sehr ungesunden Lebensstil, wisst ihr das? Halt, fuck, wie viel Stress hast du? Oh Gott, 80 Prozent. Du gehst jetzt mal kurz Liquor kaufen. So, Liquor. Wir brauchen Thickass oder Latinas. Oh my God. Shit, shit, shit. Komm schon. Nein. Zoe, nein. Ebony. Haben wir Ebony-Fans? Nein. Sie muss sich jetzt einfach mal abregen da, ne? Oh Gott, 94. Sie ist gleich tot. Was hat sie? 87. Ab in der Sprache. Oh Gott, kann ich hier irgendwie durchflippen? Keine Ahnung. Glasses Fit Teen. Wir haben hier immerhin eine Fitte. Dann nehmen wir... Oh, 16. Die Stunde. Wo sind die Fickass-Bitches? Die kosten so sackviel. Okay, wie sieht's aus? Oh Gott, 31. Warum haben wir erst 103 Fans eigentlich? Gut, wir müssen das anders machen. Was willst du nochmal? Thickass. So. Rein. Neue Fans anschaffen. Hast du auch Thickass? Ja. Sehr gut. Warum ist eigentlich Huge Tits nicht beliebt? Was? Okay, aber sie... Sie geht jetzt mal... Keine Ahnung. Die kann eigentlich Zigaretten holen. Wir haben keine Zigaretten mehr. Shit. Shit. Tiffany ist too stressed out. 99 Prozent. Tiffany. Wir brauchen Zigaretten. Die Mädels werden langsam zappelig. Nur acht Stück? Du kannst direkt wieder einkaufen gehen. 91. Oh, fuck. Dann nehmen wir halt die fitte Trulla, die 80 Trillionen Dollar kostet. Du musst dich direkt ausruhen, äh, Niki. Sie ist im Spa und raucht, Annie. Aha. So, und jetzt möchte ich bitte... Big Booty... Hast du schon ein Accessor eigentlich? Aha. Wie ist unser Anal-Fetisch so? Shit, shit. Die bringt ja jetzt auch nicht mehr viel ein, ne? Wenn sie nur ihre Huge Babes hat hier. Nach deiner Cam-Show, Fräulein. Dann geht's aber mal ganz schnell einkaufen. Und zwar in Piggy Bums. Okay. Ja! Wir haben zwei Latinas. Oh mein Gott. Latina, you shit. Latina Tattoos. Tattoos haben wir, glaube ich, gar nicht. Immerhin. Immerhin. Wir können hier rein buttern. Gut. Waaah. Okay. Wir riskieren's. Bam. So. Und jetzt. Piggy Bank. Ist es schon gekauft? Jetzt passt auf. Oh mein Gott. Wir setzen hier sowas von hart ein. Und gleich muss noch einen einkaufen gehen. Wir haben mal nix mehr zu rare. Wir brauchen einen weiteren Buttplug. So. Done. Zack. Let me handle this with my big fat egg. Was verlangt sie? Warum hat die jetzt den Analplug? Warte, warte, warte. Nein. Da ist was schief gelaufen. Oh Gott. Die Sachen verschwinden. Ich dachte, die sind dann wieder im Inventar. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hol mir noch ein paar Zicks. Wenn die nächste Zahlung kommt. Oh Gott. Die hat allein beim Einkaufen so viel Geld verbraucht. Scheiße. Komm schon. Die muss jetzt 8 Trilliarden Dollar bringen. Sonst rast ich aus. Und wehe. Die ist gestresst. 71 nur. Das ist nichts. Und dann trinkt sie noch wie ein Loch. Ich muss sie feuern, bevor ich sie bezahle. Dann würde ich vielleicht schauen. Oh shit. Too easy. Du verdienst fast gar nichts. Lüg doch nicht. Sie verlangt 3 Trilliarden Dollar die Stunde. Und bringt 70 ein oder sowas. Das ist doch verarsche. Jetzt haben wir noch das Zeug leer hier. Nee. 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 Nee.